Bei Sängerin Sarah Connor liegen die guten Gene scheinbar wirklich in der Familie. Nicht nur die 37-Jährige beeindruckt uns nach der Geburt von insgesamt drei Kindern immer wieder mit atemberaubenden Auftritten auf dem roten Teppich. Auch ihre Geschwister können sich durchaus sehen lassen. Neuester Hingucker der Promifamilie ist Sarahs jüngerer Bruder, Robin Lewe. Denn der hat sich zu einer echten Augenweide entwickelt. Mit seinen rund 3.600 Instagram-Followern teilt der 27-Jährige immer häufiger Einblicke in sein Leben. Besonders beliebt, Schnappschüsse seines durchtrainierten und muskulösen Körpers. Doch auch musikalisch scheint er ganz nach seiner berühmten Schwester zu kommen, wie diese Bilder mit einer Gitarre zeigen. Das scheint allerdings nicht nur seinen Fans zu gefallen, auch auf familiäre Unterstützung im Netz kann Robin sich verlassen. Respekt, Bruderherz, lautet ein Kommentar seiner Schwester Anna-Maria. Die 36-jährige Connor-Schwester ist seit 2012 mit Rapper Bushido verheiratet. Obwohl bereits zwei Jahre nach der Hochzeit plötzlich Schlagzeilen um eine angebliche Prügelattacke gegenüber seiner Frau ans Licht kamen, sind die Eltern vier gemeinsamer Kinder bis heute zusammen. Daraus, wie sehr Robin an seiner wachsenden Großfamilie hängt, macht er kein Geheimnis. Immer wieder postet er Fotos mit seinen insgesamt sieben Geschwistern auf Instagram. Zuletzt freuten sich seine Follower über ein Bild mit den beiden Jüngsten des Lewe-Clans. Seine Zwillingsbrüder Lex und Nick, die mit ihren neun Jahren schon ziemlich groß geworden sind. Ob nun Musik oder Model-Karriere, Robin Lewe hat jetzt schon echtes Star-Potenzial. Zuletzt 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 Zuletzt